Warum und los? Wie wär's mit Hallo oder Herzlich Willkommen oder Weiter geht's? Oder einfach nur UND! Borderlands, Haider, Wuhle, zu zweit, Vollgas, Quack, Enten, Weitwurf und Zwergenwerfen ist übrigens verboten. Zwergenwerfen einfach nur weil irgendwelche merkwürdigen Leiter sorgen und Entenwerfen einfach nur weil's gegen die Ente ist. Haider, du musst doch mal vorbeikommen, jetzt kommt eins von den größten Viechern im ganzen Spiel. Ich bin gleich da. Oh mein Gott, ich hab grad voll gespauht. Scheiße. Also jetzt kommt nix besonderes. Aber, 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 aber die Besonderheit! Nein, es kommt überhaupt nix besonderes. Okay. Wohl, aber weißt du, dass es pervers ist? Ich hab fast 1000 Schuss für Sat-Machine-Gang. Mhm. Und durch mein Ammo-Rack geht's noch nie aus. Ja. Heider, lauf da mal links auf ein bisschen. Nimm da einen Sniper mit voll Schaden. Wegen dem Ding. Wohl, hä? Warum haben die dich in... Warum haben die dich in das Spiel integriert? Ich bin so behaart bin ja auch wieder nicht. Nein, du bist ein bisschen mehr behaart. Ja. Auf jeden Fall hast du selbe Gesicht. Hohoho. Hohoho. Wreck heiß. Das Fies-Mobil. Ich schieß ihm in die Augen. Ich schieß einfach mit allem was ich drauf hab. Also mit... Mg. Ja, sie ist immer tot. Ja. Weil ihm die ganze Zeit in die Augen schieß. Nur die ganze Zeit. Oh, Wrecks, Wrecks, Wrecks. Viele Wrecks. Ich bin so ein Wreckweller. Ich bin so ein Wreckweller. Ich bin so ein Wreckweller. Nein, mein. Wunderfelder. Trennst einfach elendigst. Warte kurz. Warum? Einfach so. Warte kurz. Oh. Money, money, money. Must be money. Mh, das schaut ja lecker aus. Mh, das schaut ja lecker aus. Du musst aber auf die Seiten her. Wirst du endlich anal eingedrungen? Mh, das schaut lecker aus. Ne, anal ausgedrungen, sag mal in... in Lost Planet 2. Aber, mh, das schaut lecker aus. Alter kurz. Ich muss das ein bisschen korrigieren. Da drin bewegt sich noch ein bisschen was. Was du machst? Ein bisschen korrigieren. Das bewegt sich noch ein bisschen da drin. Naja. Ja, egal wie. Wir müssen weiter. Ernsthaft. Das bewegt sich noch da drin. Warte mal. Vault Keeper. Also, Vault Keeper. Warum bewegt sich das da drin noch? Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich soll es ja still sein, ne? Ja. Hey. Ich sehe was du da drin. Mh, das ist der... Mh, das ist der... Game. Hm. Du wolltest, dass es immer weitergeht. Alter, komm zu mir. Keep moving, moving. I like to move, move. I like to move, move. I like to move, move. I like to move. I like to move. Fault Keepers, yes sir. Okay, wo müssen wir das eigentlich internen? Schauen wir mal gleich nach. Ich vermute bei der Helländer. West come on West? Ja. Wollen wir, da steht Guardian Angel sogar als Auftragsgeberin. Okay. There's your Guardian Angel. Enter Song here. Okay, das war Enter Duck here. Wie geht es sich ab und sogar noch? Tatsächlich. Ja, dass wir ab und doch. Kann das bitte korrigieren? Sorge von dem Developer. Das soll ein Patch schreiben. Und diesen Fehler der Geschichte ausmerksam. Die Geschichte. Die Geschichte. Geschichten. Wir siehst du die Gründe. Die Glocke. L auch für mehr geistreich ist der ganze Zeit du bist nicht das tut es nicht es tut weh mit dem Job B es muss werden um es mal hin das ist eigentlich nicht schön von außen wir sind so zu grün hier könnte ich mein Strandhaus vorstellt also ganz ehrlich ich bin leid froh dass dieses Spiel Karten kann die Bruchsausgabe hat weil das wird ziemlich vorn wenn es mich fragst durch den ganzen Müll hier ist weniger Müll ist anderswo stimmt in Afrika ist mehr Müll ich fand da ein Zimmer ey das ist kein Müll das ist Kunst ja ich meine ah nee müssen wir in Rust, Common, West oder East schon wieder vergessen Rust, Common, West wie wärs mit Rust, Common, Nose Rust, Common, West Underpass Quink Quink oh ja strecken ist eine gute Idee Quink Quink Ha Underpass war perfekt jetzt Parkett schon rollen get to rad weh 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 ich holt schon die Pappen Scheiße mit einer Skala von 1 bis 10 warte mal der Crazy Earl will was von uns passt merkt ihr das dass wir zum Crazy Earl müssen von einer Skala von 1 bis 10 eine Kulik bei 9 ich brauche Zeit, ich brauche Zeit und bis ich die Information verarbeitet habe ok ok wir sollten alle Bounty Boards einmal abklappern das gibt anscheinend eine Missione das heißt wir werden wahrscheinlich wieder 2-3 Tests lang Beschäft.. äh Teile dafür wird beschäftigt sein äh Nebenjobs zu machen das klingt jetzt so sexy jetzt nicht aber.. naja ich finde es sexy die Basis was nicht dötig ist wenn was nicht drin ist also.. ich hätte aber die Gampfen sich die Klappe holten und diesen scheiß Monolog beenden aber.. Glaub mir.. ich hätte da ist nie so raus haha scheiße her aufzumdrehen.. mit dem Griff darf ich wieder reden? nein dann musst halt du reden nein doch nein warum hast du hab ich die Meile her bestellt? daaaau Platz Wink Willkommen zu meinem Camp Hi Helena Without my Claptrap Du weißt welcher das ist In Old Terven Wir stehlen alle ihr Geld Shit Was ist Helena ein Frieden? Kommst du mal her? Hm? Warum? Das sind mal lustige Flyer Erstens Missing Name Amanda Rain Wie kommt das Gesicht hin Wie kann das denn? Hm ja Dann haben wir da paar Waffen Zweitens Donate Blood If you can bleed, you can help Dr. Z Dr. Z Ha 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 Killskacks Reward Hoppertransportation Jacobs Irgendeine Sachen Okay Cool 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 Das ist ja alles total fön Oh mein Gott, wir waren in der Session schon nochmal hier Das tut aber doch mal wie lange spült schon Na ja Habe ich wenigstens wieder einen großen Let's Play vor Ort Habe ich wenigstens wieder einen großen Let's Play vor Ort Und kann rein theoretisch wieder zwei Wochen nix tun und kann nach wie vor Sachen hochladen Weißt du, warum ich merke, dass ich zu viel LoL spiele? Nein Ich lese Claptrap Feed Ja, ich weiß Ich hab's vorher gelesen Da hab ich gedacht, das kann nicht ganz stimmen Ah, da steht Freed Bounty Boards Wo müssen wir eigentlich hin? Bounty Boards Genau, die Bounty Boards Okay, als erstes fahren wir zum Earl Dann fahren wir Middle of Nowhere Und dann fahren wir New Haven Und dann machen wir Schauen wir mal, wo wir weitermachen Also, jetzt müssen wir erst zum... Wir hast da Crazy Earl Ich bin gespannt, was Earl für uns so... Auflage hat Ich hab meine Unter... Ich hab diese Unterwäsche gefunden What? Weißt du, wie Crazy Earl ist in meines Unterwäsche? Äh... Wie heißt sie? Äh... Ach so! Ja, von der Helena Ja, von der Helena Ja, von der Helena ist die Unterwäsche beim Crazy Earl Was der damit macht, will ich... Nicht unbedingt gern wissen Ich höre hinter mir SMG Feuer Hörst doch gleich was anderes hinter dir So... Okay, aus Best Friend Freed auch noch Okay Dann erst mal... Middle of Nowhere Dann fahren wir nach New Haven Und dann bin ich mal gespannt, mit was wir anfangen Sooo... Ab nach Middle of Nowhere Middle of Nowhere Da... Ich weiß schon, was du da tust Du Ratte, du Hm... Hm... In der Skype-Doof-Lol-Gruppe Hat... Hat irgendjemand was geschrieben Aber wir wissen... Aber wir wissen... Aber wir wissen nicht minimieren, weil sonst die Aufnahme stoppt Ja, das würden wir besser nicht machen Nein So... Dann mal Bounty Board Und... Bait and the Snitch Und House-Hunting Okay Und dann fahren wir nach New Haven Heaven? Na... New Haven Und los! Juhu! Quicktime! Waaah! Was hab ich grad gesagt? Waaah! Ja... Allerdings Ihr könnt jetzt meinen... Schauen wir mal... Schauen wir mal... Alle durch... Du schaust bei der Helena, ich schaust bei Markus Gucken wir mal was Neues? No Markus Da nix Neues Bounty Board Nein? Gibt's auch nix Neues? Alles klar Wohin jetzt? Mit einem Freund Naja... In Old Haven haben wir die Plot Mission und der Rest ist alles in der Trash Coast Luckys! Also Trash Coast Trash Coast Trash Coast Trash Coast Trash Coast Passt jetzt nochmal Ja... Ja... Ich war noch im Menü kurz drin Wohle 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 Entschuldigung... Komm in der Seil Zumindest komm mal wieder zurück in dieses... Etwas schönere Level Ja... Ja... Es ist so fön Schaut's eigentlich bei dir aus mit der Festplatte... Naja... Du solltest eigentlich noch Platz haben Ihr habt dabei sicherlich schon an die 300 GB aufblummern oder 400 Ja... Ja... Meine Teile sind doppelt so... Na... Mehr... Viel mehr... Meine sind glaube ich viermal so groß wie deine Mauda... Zwarer halbmal so groß sind meine Teile Mauda... Mauda... Was sind denn das für kranke Wurmer? Wow... Mir gefällt's Ja... Vom Design her sind sie cool, aber... Äh... Man braucht nur Feuer gegen sie Ha... Dead Worm Hallo... Ich glaube ich hab da... Ab da glaube ich hab ich keine Nebenquests gemacht Also die meisten Nebenquests sind jetzt für mich an Nein... Wie gesagt... Ich hab's noch nie komplett durchgespielt Dafür brauche ich einen Haider Bist scheiße Ja dafür brauche ich einen Haider Blind bist auch noch Was hat'n schöner Arsch Wie kann man das sein? Ich weiß... Er ist durchtrainiert Was ist eigentlich hier hinten? Schnecken Tote Schnecken Äh... Oh... Da ist Bleeder Oh... Wo ist Bleeder? Das ist ein Flatterviech in der Luft Das passend zum Lommen entblutet Nein, da geht doch Hat aber lang gebraucht bis er tot war Lava Crab Worm Lava Crab Worm Lava Crab Worm Auch dort Auch dort Auch dort Hm, okay Money, Money, Money Must be Hider In der Ducklingsworld Worm Die... G Ai, B Da beide Tarts Oh, ist ja grad içinde wegdealfondiert? Kritiker von mir... Er stark ist da Der Worm Warum die ihre kritische Stelle? Der Operation gegen den Knei Ah, Psycho, okay. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ah, ich war mal markiert, wo wir hin müssen. Vielleicht hat der Dämpfer meine Schüsse verziehen. Also, wenn wir das mal fertig haben, dann schau ich nochmal nach, wo wir hin müssen, ne? Das ist nicht mehr schön. Ist das an der Latenz-Lit oder ist das schon Continental-Greft? An der Lass oder ist das Continental-Greft? Wenn in doubt, Continental-Greft. Hat er aber schön gebrannt. So big, so angry, so dead. Ja, der Spruch ist cool. Oh. Oh. Naja, na, ne. Oh. Naja, es ist halt ein kompletter Schilds-Destroyer, weil da ja der Schild irgendwie ist. Ja, ich habe den Schild. Oh mein Gott, ich bin weg. Wo ist der Klappi? Wo ist der Klappi? Das ist der Klappi. Wo ist er? Wo ist er? Okay, dann machen wir erst. Warte mal. Wo ist der Klappi? Nein. Klappi! Wir werden dich retten. Und ich will es versuchen. Ja, ich versuche einfach nochmal da raufzukommen, ohne dass ich da runterfalle, ja? Ja, auf den Müllaufen bist du mal. Auf den Müllaufen rauf. Nja, 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 nja. Schon fast zu dir aufgeholt. Scheiße. Der, ne, nein, ist so weit runter. Scheiße. Irgendwo hier. So. Hast's? Na, wir sehen, wir müssen gar nicht hoch. Ja, ich habe es nämlich gerade schockt, dass ich ihn wieder runterfalle. Oh, you know that hurt. Boah, der brennt. Was ist Rupert gefunden? Was ist Rupert gefunden? Ah. Ah, ich weiß, was kriegt. Füllen wir sich nur da rüber. Okay. Na, macht er weil mir die Würmer fertig. So. Irgendwo hier. So, noch ein Wurm. Noch ein Wurm. Okay. So, die Würmer werden erledigt. Die stehen unter Wurmschutz. Ja, jetzt nimmer. Das müsste auf dem Dach sein hier. Auf dem Rohr ist es oben. Ja, wir müssen doch auf diesen fetten Hügel hoch. Scheiße. Dann ist Rohr entlang. Das Rohr entlang? Mhm. Ähm. Ja, genau. Ich will, dass du dein Rohr nimmst. Und darauf gehst? Richtig. So. Wo denn? Richtung mir. Ich komme mir schon vor wie ein Skyrim. So. Ah, ist das okay? Verstehe. Oh, Glick gehabt. So, und jetzt darauf. Wir tun das für unseren Kleppb, ja? Ja. Bin auch schon unterwegs und hab das für den Bärkett. Tada. Ah ja, ihr habt das für den Bärkett und einen Cut. Toll, ne? Toll, ne? Servus. Servus. Ja.